Heute seht ihr meinen ersten Versuch, ein Video nachzuvertonen. Auf dem Video zeige ich nochmal ein Schrecktraining mit Vintage. Diesmal geht es nochmal um die Folie. Vor ein paar Wochen ist sie schon drüber gelaufen. Und heute geht es darum, dass sie mal was auf ihrem Rücken spürt, als Vorbereitung zum Sattel. Sie haben nicht wirklich Angst vor der Folie, was man hier deutlich sieht. Ist, dass sie etwas abgelenkt ist, weil ein Pferd draußen rum läuft und sie konzentriert sich gar nicht so direkt auf diese Folie. Ich streiche damit ihren Rücken ab, sie bleibt total cool, es interessiert sie nicht, das Geräusch. Jetzt hört sie mal ein bisschen nach hinten, schaut es sich an, schnüffelt es an. Ganz wichtig ist, dass man beide Seiten macht und weiteres folgt.